Be my guest. Mh, mh. Yeah, yeah... Section cleared, Motherfucker No. 1. YB für tauten, wie geht die denn? Mhuhuhuuum. Fiori! Galoppel, 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 Galoppel. Taunt. 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 und taunt. Aha. Next target. You're not alone. Keine Zeit zum Lachen. Schnell, wir helfen ihm. Was macht der denn schon wieder hier eigentlich? Ich wollte die Lane wechseln. Stay down. Wir haben grüne Hüte. Zwei grüne Asiaten werden drei. Zwei grüne Asiaten werden drei. Sieht? Das ist der erste Punkt. Sieht. Nein, er ist tot. Sieht? Er ist tot. Scheiße! Geht es? Ja! Er ist wieder am Rennen! Die Blue Man Drew! Yeah! Auf die Schnauze, Masaka Köln Pops, Junge! Yeah, was geht? Oh! Ein grüner Asiate mit dem Hut! Aua! Zu spät gewechselt? Scheiße! Mh, mh, ist das da hinten der Eiffelturm? Oh Mist, jetzt guck ich da hinten! Nein! Oh, jetzt hat er wieder gewechselt! Die Drecksau! So! Voller Rassismus! Wir müssen die ganze Zeit Asiaten verprügeln! Was ist denn hier los? Wenn ich nicht ein Pferd wäre? Was ist denn da los? Was ist denn das? Was ist denn das? Wow! Du bist ein Pferd! Guck! Das ist ein Pferd! Ah! Höh öh öh öh! Hih han hh! Alter Schwede! Hat sie gut eingeschenkt! Und weiter gehts! De 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 de! Uua! Nein! Thrudschauert... Aua! Mit seiner Wampe! Die Asiaten-Wampe macht mich K.O. Die Asiaten-Wampe macht mich K.O. Die Kasiaten-Wampe macht mich K.O. Was fällt hier ein? Ich fährt des Lebens nicht mehr! Fro! Ja! Ah nee, wir sind ja gar nicht mal der Jarman! Section cleared! Yeah! Folgt mir in den Kampf! Street Fight! Warum ist der Rot? Bist du ein Kommunist? Ein Kommunist greift an! Schnell, Freunde! Oh, Alter! 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 Halt! Alter! Alter! Nein! Nein, sie ist tot. Wer kann uns jetzt noch helfen? Fünf Credits left. Oh Gott, das wird knapp. Es wird echt Jean-Louis macht so. Ich weiß es gar nicht. Sam I Am haben wir schon gesehen. Dr. Klaus muss ran. Ein Job für Doktor. Oh, wer ist das denn? Jack Knife. Hey du, komm her, hierher. Ich habe eine billige Hitlerjagrein. Verstehst du? Komm, du, hierher. Hierher, bitte. Hier, jetzt sei aber keiner Schlüssel. Okay. Jack Knife. Oh, this is good. Alter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Jetzt kommen wir mal her. Komm noch mal her. Geile Textur im Hintergrund übrigens. Voll. Das ist ein Ast reinhardy. Äh, ich bin ein bisschen besoffen. Mh, 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 mh. Äh, wie gehen die Leute denn? Die müssen ja auch wirklich im Studio gegangen sein, um das zu animieren. Aber wer geht denn so? Hat der das im richtigen Leben? Macht der das da auch so? Vielleicht hat er eine künstliche Hüfte oder irgendwie sowas? Äh, wenn ihr das so sagt, Jungs. Aua, aua. Aua. Oh! Ha, ha, ha! Ho! So, was gemacht? Schnauze, Junge! Alter, wie geil, der fliegt einfach! Super! Es wird nicht langweilig. Ich spiele länger als ich wollte. Section cleared. Way too calm. Es ist viel zu ruhig. Mit dem schicken Poster im Hintergrund. Gefährliche Waffengewalt, Junge? Junge? Oh nein! Hey! Der Dubstep-Kappenmann greift an. Hey, komm her! Ich hab Kumpels dabei. Er haut ab, natürlich, wie immer. Dubstep-Kappenmann kriegt auf die Fresse, mein Jung. Dubstep-Kappenmann, Aua! Dubstep-Kappenmann, Dubstep-Kappenmann kriegt auf die Fresse, mein Jung. Mein Jung, mein Jung, mein Jung. Untergrund-Unterhaltung. Hör ab! Ja! 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 So, kommt schon, Freunde. Hier wohnt der Dubstep-Kappenmann. Blocking is not enough. Ich bin so ein Mann. 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 Hey! Ich bin so ein Mann. Ah! Was? Was? Das hab ich da grad gesehen. Was ist denn da los? Da vorne. Da wackele ich noch mal ein bisschen. Denn ich bin Hardy von Pete's Meet. Oh, Hardy von Pete's Meet greift an. Wir sind ja beide gleiche Schauspieler. Huch! Wie kommt das denn? Oh, vielleicht soll ich mal ausweichen. Mann, weich doch aus, Junge! Huch! 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 Im Untergrund von Berlin. Fiese Schläger lauern überall. Besoffene Straßmusiker prügeln dir die Kohle in den Hut. Wütende Automechaniker. Hey! Komm! Keine Entschmerzen! Huch! Huch! Nein, ausweich! Hey! Hey! Lass uns! Hey! 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 Wer ist Automechaniker? Liebe Automechaniker, das gilt natürlich nur für die wütenden Automechaniker aus dem Untergrund Paris. Äh, Berlin. Ach, ist doch egal. Wir sind doch International People. Ist doch egal, welcher Untergrund das ist. Der Dubstep-Kappenmann. Dubstep-Kappenmann, wo willst du northin? Äh, ist das hoch? Ich, ich mach nicht. Ich mach bitte. Hör, ich mach mich. Wä, ich mach dich. Ja, ich mach dich. Aber ich mach nicht, ja. Wie hast du denn die Vad���ur und mir ist? Warum geht er nicht aus dem Weg? Warum geht er nicht aus dem Weg? Aus dem Weg! Er hat mich angegriffen Er würde sterben! Alter! Ach du Scheiße Es ist echt gar nicht mal so leicht Section cleared Oh Gott, ich wollte das gar nicht so lange spielen Chaos Es ist Chaos Auf den Straßen von Berlin Chaos Jetzt zieh ich nie wieder hin Chaos Auf den Straßen von Berlin Chaos Es ist Chaos Es ist Chaos Es ist KEDOS Auf den Straßen von Berlin Nein, ich muss ihn bloß machen Nein! Drei grüne Asiaten Drei grüne Asiaten Drei grüne Asiaten Drei grüne Asiaten Hatten einen Hut Drei grüne Asiaten Der stand ihn furchtbar gut Drei grüne Asiaten Halt Drei grüne Asiaten Aua! Jean-Louis macht's so. Also, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, man? Ah, c'est magnifique, magnifique. Oh, bonjour, bonjour, mit der lustige Hut. Ich bin der Spaghetti-Arme-Mann. Ich bin der Spaghetti-Arme-Mann. Oh! Oh, warte. Hallo! Sitalo! Alter! Asiaten mit Hüten sind brutal. Asiaten mit Hüten übers Hall. Afro-Marsch! Hollywood-Zeit-Lupen-Effekt. War hier beim Tit-Piess? Section cleared. Das ist französischer Hip-Hop. Urgh! Französischer Hip-Hop-Üixon ist ziemlich geil. Wollt ich mir mal kurz sagen. Taunt! Ah, wow, was für ne Beleidigung. So, weiter gehts. Nächstes Ziel. Guri, Jajarine. Pantin. Was? Pantin? Pantin. Pantin. Gewalt gegen Frauen. Es ist Rollergirl. Alter, schön direkt in die goldene Mitte. Direkt auf die goldene Titte. Direkt ins Gesicht. Gewalt gegen Frauen kolliniere ich nicht. Auf die Schnauze. Oh nein. Drei holländische Klonskaterin greifen an. Alter. Ihr seid zu brutal. Habt ihr ein paar Schminktipps für mich? Aua. Ihr brutalen Frauen. Ihr Super-Schnittchen. Was ist hier los? Ich bin ein französischer Gendarme. Oh. Grüne Asiaten reichen an. Aua, aua, aua. Alter. Alter. Habt ihr eine Macke? Super-Gibbon, super-Gibbon, super-Gibbon. Oh-oh. Alter, 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 alter. Alter, hör auf jetzt hier. Jetzt reicht's aber. So. Die Alte aus dem Gefecht. Der mit seiner Wampel immer. Jetzt reicht's mir aber. Mein asiatischer Freund. Ich boxe dich weg. Komm her. Sieht er noch? Ich boxe dir in der Macke zu. Aber schöner Hut, mein Freund. Sechchen Klee. Dann ist er mit seiner Meinung, dass du dich schaust. Marrow Street. Eine enge Straße? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wie spät das ist? Meine Uhr. Gucken Sie mal hier. Die ist defekt. Wow. Wie authentisch die sich hingelegt hat. So viele Mädchen, ich kann mich nicht entscheiden. So viele Mädchen, die Faust sind eingeweihten. So viele Mädchen, ich bin Franzosenmann. So schöne Mädchen, so schöne Mädchen überall. So schöne Mädchen, so schöne Mädchen Überfall. Ein Überfall der Liebe, ein Überfall der Hiebe. Ich wünschte, dass sie bliebe. Ein Überfall der Liebe. Oh, mon ami. Der Hadi macht wieder Schrittchen klar. Oh. Ich lasse den Hadi mal machen. Oh, hey. Ah, so macht der Hadi das immer. Hab ich schon gewundert, wie das klappt. Entschuldige bitte, ich muss weiter. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin Franzose. Ich steck das Hemd in meine Hose. Ich laufe weiter und der Hadi greift schon wieder an. Was ist da los, Ardi? Ich dachte, wir wären Freunde. Und jetzt bist du Automechaniker. Was ist los in die komische Welt? Ich frage mich grad, was meine Nachbarn denken, was ich mir so mache. Oh, schön hier. Im Hintergrund, Digga, Dienst. Auch ganz allerliebst. Da tanze ich erst mal vor Freude. Achte bitte auf meine Füße. La 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 la. Hallo Ardi. Oh. Was? Down? Was machen die denn da? Was? Das Spiel ist einfach so eine Freude. Hey, lasst das. So, legt euch mal beide hin. Beruhigt euch erstmal, ihr beiden. Ihr seid ja verliebt. Der französische Mann hat wieder die Liebe besiegt. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Aua. Encherie.